Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Uncharted 3. Wie wir versuchen hier irgendwie rauszukommen, aber wir kommen hier nicht raus. Oh mein Gott. Wo war Achje, warte. Oh mein Gott. Hier drüben. Ich helfe dir hoch. Alles klar. Oh shit. Irgendwie hatte ich da gerade ein Dschabby. Ja. Oh verdammt. Es muss doch einen Ausgang geben. Oh fuck. Alter, jetzt geht uns nicht da auch noch auf die Eier. Da. Hier lang. Los. Okay. Wir müssen dann bitte raus. Gut, Hilden. Oh shit 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 shit. Alles klar, nicht? Alles klar. Wir treffen uns drüben. Toll. Ich bin gleich da. Ja. Vorsichtig. Oh shit. Hier, die Flammen werden immer höher. Das ist recht, Junge. Junge. Komm schon. Schaffst du das, Junge. Wir sind wieder runter. Junge. Spring. Oh fuck. Was ist das? Boah. Durch da. Los. Los. Oh fuck. Das da vibriert hier wie sonst was, ey. Wow. Oh nee, schon wieder so, Alter. Ach, dich, dich war fertig, Alter. Weg mit dir. Alter, der will aber auch nicht gleich geben, der Ball. Oh, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Auf zu dir. Durchs Fenster, Junge. Sag du, durchs Fenster. Mach euch alle platt, Alter. Was? Oh, 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 oh. Oh nein. Hä? Hä? Was zum Fick? Ich hab keinen Bock auf deine Spielchen. Alter. Bam. In die Klöten. An. Und nochmal, weg mit dir. Und jetzt will ich nochmal einen Erfolg haben. Yay. Hier runter. Wir haben's gleich. Auf zu dir. Ja, wegsass. Nein, 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 nein. So ein Mist. Der hatte mich letztes Mal überrascht, der Ball. Nicht nett. Vielen Dank für den Hinsbüchgarten. Nein, da oben. Da ist was wo oben. Da ist die Tür. Und einer, nein. Oh, fuck. Nein. Oh, oh, oh. Scheiße. Alles klar? Los, los. Junge, geh hoch. Hau ab. Oh, shit. Shit. Mist. Sully, ich sitz fest. Oh, shit. Ich sitz fest, hilf mir. Die zwei. Runter. Shit. Ich hab's war knapp. Los. Alter. Nein. In dem Moment hätte ich lieber einen Fläscher von runter. Nein. Und dabei ist er auch noch nicht mehr ins Feuer gefallen. Was sagst du so einfach? Oh, scheiße. Oh, scheiße. Sonny. Sonny, halt durch. Ich rutsch ab. Ich komme. Ich hab dich. Ich hab dich. Los. Los. Komm mal, danke. Alter. Scheiße. Alter, weiter. Oh, wow. Ich mach so was von Aufnahmecut, wenn ich hier raus bin. Das ist einfach. Los. Einfach aus. Durchs Fenster. Durchs Fenster, Junge. Ich kann nicht mehr. Ah, hier geht's nicht weiter. Scheiße. Komm, Charlie. Ich seh nichts. Hier lang. Dort. Ich will hier nicht bleiben, wenn's ja einstürzt. Oh, fuck. Mit dir. Ah, ich bleib lieber bei der Acker. Nö, von wo wird denn ein Ballard? Oh, shit. Oh, shit. Hey, da oben. Eine Leiter. Los, komm. Ja. Ich hab schon. Was ist da überhaupt denn? Los, Sally. Festhalten. Oh, scheiße. Los, fuck. Ach, geschafft. Oh, mein Gott. Was macht der denn da? Los, lauf weiter, Sally. Auf, Junge. Oh, scheiße. Oh, fuck. Verdammt. Nein, nein. War ich zu langsam? Wie es scheint. Ne, durch diesen Abfall. Das war's am Anfang. Was auf, nee. Oh, mein Gott. Der verdammte Torb bricht zusammen. Lauf. Los, lauf weiter, Sally. Oh, fucking. Oh, scheiße. Oh, mein Gott. Geschafft. Oh, Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh Mann, das war knapp, was? Geht's dir gut? Oh ja, einfach großartig. Gib mir mal einen Moment. Du vergisst irgendwie immer, dass ich 25 Jahre Vorsprung hab. Komm schon, Sally, du bist stark wie ein Ochse. Ja, klar. Also, warum die Eile? Die denken doch, wir wären da drin. Er hat nicht viel gefehlt. Erstmal im Ernst. Ich glaub, ich hab'n Faden verloren. Warum machen wir das hier eigentlich alles? Oh nein, 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 nein. Wenn da jetzt einer deiner Ich-Bin-dafür-zu-alt-Reten kommt, lass es bleiben. Hey, die Jungs hier verstehen keinen Spaß. Ja und? Willst du jetzt einfach aufgeben, oder was? Aber es redet doch niemand davon, aufzugeben. Dann tu bitte nicht so, als wärst du reif für die Kiste. Okay? Hör zu, Junge. Ich bin seit 20 Jahren für dich da. Und daran wird sich auch jetzt nichts ändern. Kannst du mir glauben? Ich will auch einfach nur sicher sein, dass wir hier das Richtige tun. Dein verdammter Stolz vernebelt dir das Hirn. Du wirst unvorsichtig. Das solltest du besser wissen. Du wirst noch dabei draufgehen. Verdammt. Am Ende gehen wir alle dabei drauf. Oh nein. Was? Cutter und Chloe. Sully, wenn sie uns gefolgt sind... Oh scheiße, dann werden sie den beiden auch folgen. Wir müssen sie irgendwie... Ja und dann nichts wie ab nach Syrien. Ich hoffe nur, dass du weißt, wo unser Auto steht. Ich bin nämlich vollkommen orientierungslos. Verdammt. Ich kann die beiden nicht erreichen. Irgendwas stimmt da ganz und gar nicht. Wann macht denn der Laden wieder auf? Wir haben noch ein paar Stunden, bis die Touristen anrollen. Na dann schwingen wir die Hufe. Die Kette ist durch. Okay, dann sind wir wohl nicht die Ersten hier. Naja, aber... Marlo und Talbert halten uns für tot. Also haben wir das Überraschungsmoment. Verbocken wir's nicht. Genau. Wir schleichen uns rein und finden raus, wo sie Chloe und Cutter festhalten. Wenn sie hier sind. Positiv denken, Sully. Ich finde nur, dass die Typen nicht nach Geiselnehmern aussiehen. Seien wir doch einfach mal optimistisch, okay? Wir retten Cutter und Chloe und schleichen dann zu viert wieder raus. Klar. Rausschleichen. Na klar, warum nicht? Ich hab gedacht, die Zitadelle. Ah, ja. Ausschleichen. Das ist klar. Oh, fuck, ey. Ja? Wie scheint... Hier kommen wir nicht rein. Wir sind verschlossen. Müssen wir wohl hier auch klettern, ne? Hier geht's hoch. Ich würde sagen, dass alles, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich werde aber trotzdem noch versuchen... ...weit wie möglich zu kommen. Okay, Sully, alles klar. Komm hoch. Hier ist gar nichts klar. Alter. Oh, hier können wir auch nicht durch. Hey, hilf mir mit der Tür. Halt, halt, halt. Wir wissen gar nicht, was auf der anderen Seite ist. Wie ist denn, Optimus? Noch lauter. Weiter. Jetzt könnte dich hier jemand hören. Oh, die Stadt sieht echt gut aus, bei Nacht. Na ja, Sully, Schill macht um eine Runde. Aber es würde jetzt eher erstmal nichts mehr fighten. Wir hatten jetzt richtig viel Stress und so. Ja, soviel dazu. Wann war nur unser letzter Checkpoint? Wo weniger ein Mutu, wahrscheinlich dort unten. Ja, ähm, ich beende hier die Folge. Und die Aufnahme. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, hau da rein. Ciao.